Noch immer ein gutes Dutzend Acts drüben in unserer Künstler-Lounge und die hängen jetzt alle an den Lippen von Carina. Ja, schwere Entscheidung, wie Peter schon erwähnt hat, aber mich hat ein Act mit meinen ganzen Emotionen ins All geschossen. Zu Live-Shows darf mit mir mit mein Schmusi-Bärlein Charles Raven. Charles Raven ist ein wunderschönes Emotionen.